Hi gute Peoples hier. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch für das neue Jahr 2018. Und ich habe mir hier schon mal was gesichert für Silvester. Zwei Ampullen Shampoos hier. Das geht ab hier. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und du haust hier die zwei Ampullen von dem Shampoos weg. Da geht es mir gut hier Silvester. Und hier, was ist denn los hier? Ist wohl die Hot Wolle eingezogen oder was? Also bis dann hier macht es gut Leute. Schöne Weihnachten. Und wie schon gesagt hier einen guten Rutsch hier. Im Voraus schon nochmal. Und bis dann hier. Und vielleicht stelle ich hier so einen Link. Da könnt ihr mal gucken hier. Nach den Ampullen Shampoos. Guckt ihr mal. Bis dann hier. Macht es gut. Und Prost hier. Prost hier.